Raunächte? Was für ein Quatsch, habe ich damals ehrlich gedacht, als meine Frau sich immer mit ihr Räucherwerk und ihrem ganzen Zeug zurückgezogen hat über die Weihnachtsfeiertage und plötzlich eine Stunde weg war. Ja, irgendwie, ich habe damals schon gedacht, solange ich da nicht mitmachen muss, ist das alles okay. Und irgendwann habe ich mal da gesessen und gemerkt, wow, die nimmt sich ja jeden Tag Zeit für sich. Und nicht nur das, sie konnte mir wundervoll erzählen, was eigentlich in diesem Jahr alles so Tolles passiert ist und was sie sich alles auch für nächstes Jahr so vornimmt. Und nicht nur das, sondern da waren wirklich so ganz faszinierende Sachen dabei. Und was mich dabei ein bisschen gewurmt hat, dass ich meistens Silvester so einen Moment hatte, wo ich dachte mir, ja, das war in diesem Jahr gut und das willst du mal nächstes Jahr machen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sich Silvester für Silvester wiederholt hat und viele Dinge sich überhaupt nicht erfüllt haben. Das führte dazu, dass ich dachte, okay, ich probiere es einmal. Und ich muss euch sagen, deswegen war ich auch so ehrlich, das war der geilste Beschluss meines Lebens. Ihr kennt es bestimmt, über die Feiertage sind wir so oft für andere da, für unsere Kinder, für unsere Familie, für unsere Partner, für unsere Freunde. Und wer bleibt dabei auf der Strecke? Genau, mir selber. Und ja, seitdem ich die Raunechte für mich wirklich mit aktiv gestalte und mir wirklich Zeit dafür nehme, seitdem, ja, habe ich wirklich jeden Tag ein bisschen Zeit für mich. Jeden Tag, wo ich zum einen natürlich auch nochmal reflektieren kann, hey, was ist denn dieses Jahr besonders gut gelaufen? Was war total toll in diesem Jahr und mir das auch nochmal anschaue und natürlich mir auch Rituale dazu mache. Und ein Grund, warum ich das lange nicht gemacht habe, war, weil ich keinen Bock hatte, so ein Buch zu lesen. Und ja, seitdem ich diesen Kurs mache, und den mache ich übrigens jedes Jahr, brauche ich mir nichts zu merken. Ich drücke jeden Tag auf meinen Knopf, da kommt das Video mit der genauen Anleitung. Und habe natürlich mein Räucherwerk vorbestellt, weil im Grunde genommen ist das ja wie so ein kleines Lagerfeuer, nur zu Hause. Und dann räuchere ich gern so lange, bis die Feuermelder angehen. Und dann mache ich manchmal auch eine innere Reise oder ja, schaue mal bewusst an, was möchte ich eigentlich im nächsten Jahr machen? Was möchte ich einladen? Und wie fühlt sich das dann an, wenn ich das erreicht habe? Ja, und all sowas mache ich dann. Und das Schöne ist, dass vieles davon dann im nächsten Jahr eintritt. Und der noch schönere Nebeneffekt ist, dass ich mal eine Stunde Zeit habe am Tag, auch zwischen den Feiertagen, wo ich zur Ruhe komme, wo ich für mich bin. Ja, und wo ich das total genieße mittlerweile. Also insofern, wenn du darüber ein bisschen lächelst und denkst, was für ein Hokuspokus, ist eigentlich genau der Grund, mal zu gucken, was die Raunechte wirklich sind und was du davon, ja, für dich machen kannst. Viel Spaß oder bleib neugierig.